Sprechen Sie Deutsch? Deutsch? Englisch? Okay. Besser weggehen, we have to go away from here, okay? Okay. Verstehen Sie? We understand? What is wrong with you? Can you talk? Sprechen Sie Deutsch? Ja. Und Sie verfehlen mir aber nicht, Sie veröffentlichen. Nein, Sie veröffentlichen nicht Ihr Gesicht. Ja, genau. Wenn ich brauche Sie, Sie haben Sie. Genau. Ich kann Sie ja abdecken. Sie hat Probleme. What are you doing here? Okay, good. So, waren Sie 8? Ja, paar Minuten. Das ist ein politisches Statement hier. Ja. Sie gehen öfter, aber Sie bleiben schüttlich. Das ist jetzt nicht so. Nein, gar nicht. Sie reden nicht. Sie protestieren. Das ist ein politisches Statement. Demonstrationen gegen den Chinesen. Glauben Sie, was bringt, was da steht? Glauben Sie, dass hier nicht das ist? Glauben Sie, dass hier nicht das ist? Naja, bitte. Ach, Sie glauben, dass hier nicht das ist? Naja. Schön. Demonstrationen sind erlaubt. Sie sind erlaubt, aber es bringt Ihnen da sicher nichts. Ja. Vielleicht Ihr persönlich. Ja. Besseres wie nichts tun. Und die bemerken sicher auch die Botschaft. Denen ist das egal. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Ja. Was weiß man. Seinfeld. Pei. Ja. Laurance des Nachdemanns unseren Sarang mit bemerken.